8. Dezember Der kleine Weihnachtsengel Die Wiesen, Straßen und Häuser sind mit weißem Schnee bedeckt. Schneeflocken tanzen leise vom Himmel herab. Es ist bitterkalt. Während die meisten Kinder noch in ihren warmen Betten liegen und schlafen, ist der kleine Weihnachtsengel schon unterwegs. Bepackt mit vielen Geschenken. Denn heute ist Weihnachten. Der kleine Weihnachtsengel schwebt von Haus zu Haus. Er klopft dreimal vorsichtig an die Tür. Die Tür öffnet sich wie von Geisterhand. Geschwind schwebt der kleine Weihnachtsengel hinein. Und legt die Geschenke unterm Weihnachtsbaum ab. Schon schwebt der kleine Weihnachtsengel zum nächsten Haus. Er klopft dreimal an die Tür. Und die Tür öffnet sich von ganz allein. Der kleine Weihnachtsengel schwebt zum Weihnachtsbaum. Und legt die Geschenke darunter. Als der kleine Weihnachtsengel nach einem langen Tag endlich alle Geschenke ausgeteilt hat, setzt er sich auf die schneebedeckte Wiese. Nun ist ihm gar nicht mehr kalt. Der kleine Weihnachtsengel lässt die Schneeflocken auf seine Nasenspitze fallen. Und lauscht glücklich dem Lachen der Kinder beim Ausbacken der Geschenke. Und wenn du Glück hast und ganz genau hinschaust, kannst du zu Weihnachten den kleinen Weihnachtsengel vielleicht sogar im Schnee entdecken. Löwen des Wies Jetzt bitte und lest Vielen Dank.